Ja Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir Und ja Leute, heute ist mal ein bisschen Abwechslung und zwar heute ist es Fifa wie ihr so könnt Und zwar, ich wollte euch einfach mal was anderes anbieten Denn, äh, beim Vorteil heute nicht mehr, äh, also hab ich keine Ideen, keine Videoideen Und ich dachte mir einfach, äh, ich mach einfach mal ein Fifa-Wegel Denn ich bin in letzter Zeit wer viel Fifa? Seasons, wie ihr sehen könnt Ich spiele mit Barca gegen Juventus gerade Und, ja Leute, wie ihr sehen könnt, ist da auch Higuain am Start Und ja, ich würde sagen, ab jetzt blende ich einfach mal die, äh, Szenen so ein So Chancen und werde zwischen, durch halt noch ein bisschen was sagen oder so Und ja Und das Tor macht einen Verteidiger Leute, was war das Leute? Das ist, äh, Borgialba Der linke Verteidiger Der linke Verteidiger, äh, Verteidiger, Leute Zielt euch nochmal das Tor an Der läuft von der Mitte, wie ihr so Check ab Und schießt dann ins linke, Leute Was ist das für ein Tor? Auf jeden Fall, der Kicker ist nicht schlecht Der Kicker ist wirklich jetzt nicht schlecht Nein, Leute, was war das? Was? Was war das? Was haben wir euch noch mal? Oh Leute, die haben die ganze Zeit so knappe Schüsse. So Leute, Flippekontino, Flippekontino. Nein Leute, Befund ist geklärt. Wie klärt er denn noch mal? So, kurz, kurz Leute, das kann ich noch mal erklären. Und jetzt, Piki Leute, Piki mit der 2 zu 0, Leute. In der 58. Route. Er lässt sich jetzt zurechtfeiern, Leute. Hat wirklich sehr gut bestanden. Aber, ah. Sehr gutes Tor. Und wieder halt den Verteidiger. So, jetzt geht's wieder rückwärts. Ab in die Verteidigung. Was ein Ball auf Zibala. Aber das Ding ist für Steine, Leute. Sehr gute Leistung. Auch vom Torwart. Ja. Jetzt hier Messia auch mit das Tor. So Leute, 3 zu 0. Ich würde sagen, das Spiel ist schon eigentlich entschieden. In der 75. Minute. Eigentlich nie, Leute. Aber die Gegner hätten Chancen ausnutzen müssen. Aber ja. Mal gucken, vielleicht reißen die noch was. Aber mit Fußball ist alles weg. Und er kommt dann durch mit Quadrado, Leute. Und er will schießen, aber der nutzt seine Chancen nicht, Leute. Genau das meine ich mit Chancen ausnutzen. Ja. Puh, Leute. Der hat das so heftig schon wieder gut gemacht. Aber wie war's, Leute? Das war ja mal knapp. So, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Leute. Rabona-Tor. Leute, Rabona-Tor. Rabona-Tor, Leute. Aber das wird mal als Eigentor bewertet. Obwohl, der hat ja Rabona-Planke gemacht. Und der Gegner hat es dann abgeblockt. Puh, Leute. Was ein Tor für Quadrado. Die machen das 4 zu 1. Aber bis trotzdem nichts mehr zu wenig schneiden. An der 89. Minute. Na, denke mal. Na, 89. Minute. Es ist nichts mehr drin, Leute. Leider Minute 3 Tore zu schaffen. Ist eigentlich sehr ungewöhnlich. So, Leute. Das Spiel ist gewonnen. Ich würde sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr habt. Von FIFA World. Hashtag FIFA in den Kommentaren, Leute. Lasst mal ein Like, da ein Abo. Und wie gesagt, Leute. Wer designen kann also Thumbnails. Eigentlich brauche ich nur Thumbnails. Sollte ich mal, äh... Wer ist das? In den Kommentaren mal zeigen. Denn ich brauche einen Designer. Und wie gesagt, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Und... Ciao, Leute. Wir sehen uns. ... Untertitelung des ZDF, 2020